Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3, das letzte Mal ordentlich beim Schneemann-Boss gefailt. Und vielleicht geht das jetzt genauso weiter? Ich hoffe eigentlich nicht, wir werden sehen. Los geht's! Ich hab nicht dazwischen geübt oder sonst was. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber ihr kennt mich ja. Das ziehen wir jetzt hoffentlich irgendwie durch. Verdammt. Aber nicht so, ich hasse das. Warum in der ersten billigen Phase? Da kann ich mich doch, da soll ich mich doch nicht treffen lassen. Das dürfte nicht wahr sein, ey. Aber es passiert immer wieder. Genauso wie ich ihn so schlecht treffe. Okay. Die Phase wieder. Aber mit jedem Versuch werden wir irgendwann wohlgemerkt besser. Ich weiß nur nicht wann. Ja, im Zweifelsfall treffen wir einfach nicht. Es reicht ja immer drei Reihen, macht er und dann drauf. So, jetzt wird er wieder schneller. Ja. Das war jetzt so gut. Und dann wieder diese Ausweichparade. Die ich immer noch nicht auswendig kann. Und mich dann falsch positioniere. Leider. Okay, gleich mal beim ersten Mal getroffen. Das war schön. Vielleicht ein gutes Zeichen. Los geht's. Aber diesmal von der Seite. Weil ich mehr zu der Seite stand. Eigentlich ganz logisch, ne? Okay. Nicht getroffen, weil es wieder falsch ausgerichtet war. Manchmal, wenn ich mich bewege, rutsche ich da auch irgendwie versehentlich aus. Ist mir schon aufgefallen. So, diesmal aber nicht. Dann fangen wir an mit einem Mist. Und jetzt habe ich diesmal noch beide Affen. So, diesmal. So, jetzt wieder in die Mitte. Jetzt wieder... Nein! Ach, ich komme immer aus dem Konzept raus. Verdammt. So schwer ist es doch nicht. Aber weil dann die zweite Phase, da ist ja dann wieder ganz anders. Und das habe ich dann wieder halb im Kopf. Und dann geht es mit mir zu Ende. So. Okay, Phase 2. Ja, schneller ist. Da muss ich auch irgendwie Glück haben, ne? Dass ich ihn mal zufällig treffe. Ja, das hätte ich eigentlich jetzt gerade schön treffen können. Aber nö. Komm schon. Och komm, das hätte ich doch jetzt eigentlich treffen sollen. Jawohl. Kommt jetzt nochmal, oder? Ne, jetzt kommt gleich das. Okay, alles klar. Jetzt kommt gleich das. Jetzt muss ich ganz weit weg. Jetzt muss ich wieder in die Mitte. Jetzt muss ich wieder ganz... Nein, jetzt... Och, komm! Okay. Ich muss erst in die Mitte, dann ganz weit weg. Dann in die Mitte, dann nur ein bisschen weg. Weiter. Das war schon mal besser. Wäre halt gut, wenn ich für die letzte Phase noch einen Affen hätte, ne? Deswegen konzentrieren wir uns mal. So, das ging schön schnell. So, noch einmal. Schon mal runter positionieren. Und weiter geht's. Ja, ich rede jetzt halt ein bisschen weniger. Ihr habt ja gesehen, was ansonsten passiert. Ich will nicht, dass es nochmal passiert. Das war jetzt sehr gut. Das war jetzt sehr, sehr gut. Wir haben noch beide Affen. Komm schon. Verdammt! Ich hätte ihn doch später gebraucht. Nein. Ich nicht treffe. Ach komm, das war ein Treffer eigentlich. Du weißt es nur nicht. Komm. Komm jetzt mal! Wie schneller ist. Das gibt's nicht. So. Okay. Jetzt kommt er gleich in die Phase, ne? Alles klar. Bam, bam. Bam, bam, bam. So, jetzt kommt die Phase. Raus. Mitte. Nur ein bisschen. Äh, Mitte. Und jetzt. Äh, raus. So. Stirb. Nein! Das wäre bestimmt der letzte Treffer. Okay. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wann es endet. Ah, raus. Bisschen. Äh, was? Er macht es immer anders. Jetzt macht er es anders. Ah. Treffer! Hopp, bitte! Sei tot! Ha, ha, ha! Ausgelacht! Oh! Was für ein Bestien, Mann! Huh! Er braucht hier gar nicht wegzurodeln. Wir müssen da nochmal hin. Leute. Wir müssen da leider nochmal in den K3 rein. Denn jetzt beginnt wieder unser lustiges Backtracking. Aber was soll's, ey. Wir haben den Schneemann besiegt. Das ist, äh, schon mal viel wert. Da juckt mich das Backtracking kaum. Weil das Backtracking wird diesmal nicht so schlimm. Weil ich weiß ja, wo das meiste Zeug ist. Ich muss es nicht suchen. Also, legen wir gleich damit los. Ja. Okay. Nach dem Backtracking haben wir eventuell schon wieder die 15 Münzen zusammen für die Spezialwelt. Mal schauen. Beginnen wir von vorne wieder mit Felsenfest. Erstmal wieder in Erinnerung rufen, was da war. Okay, Höhle. Ähm. Ja gut. So, auf Anni weiß ich jetzt gerade nicht, wo, äh, die Münze war. Warte, wir werden das bestimmt wieder herausfinden. Äh, die Münze sage ich, der Bonus. Jetzt hole ich erstmal dich. Ähm. Da war nichts außer Bananen. Okay. Äh, da unten ist nur eine Münze. Die will ich nicht. Na gut. Dann, äh, lassen wir uns mal drauf ein. Ich, äh, werde da nochmal runter. Ah, Mist, da, 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 da. Da muss ich nochmal gucken, was da war. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon... Ja, komm du mal rüber. Komm du mal rüber. So, jetzt können wir nämlich hier einen aufschneiden. Ah, da war der Bonus, okay. Da war gar nichts, alles klar. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Ich weiß nur nicht, ob ich den Bonus gemacht habe oder nicht. Ob ich den geschafft habe. Deswegen müssen wir uns den jetzt nochmal angucken, natürlich. Darum geht's ja hier. So, da rein. Aber ich meine schon, dass wir den gemacht haben, oder? Dass wir den geschafft haben in den 30 Sternen. Mal schauen. Naja, da war nicht so einfach. Das weiß ich noch, aber... Wohl. Das ist doch ziemlich einfach, ne? Okay, nur noch die da oben. Jetzt hab ich's. Jetzt ist nur die Frage, ist es eine Münze? Ja, wir haben sie schon. Alles klar. Gut. Also ist es die in der zweiten Hälfte. Gut, dann können wir jetzt erstmal weiter. So. Was ist da oben? Na gut, jetzt können wir erstmal... ...los pressen, würde ich sagen. ...lang. So. Daran läuft's ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das O. Haben wir keine Hälfte bekommen. Was ist jetzt hier wieder? Das Dekafas haben wir ja. Das wird die Spielerei... Genau, das ist die Spielerei hier. Die können wir uns schenken. So, ich bin heute sehr schnell unterwegs. Das gefällt mir. Wenn ich's doch immer so wäre. So. Zweite Hälfte. Ab jetzt müssen wir's suchen. Vielleicht haben wir's ja auch schon gefunden... ...und nur nicht geschafft. Mal gucken. So in der Art war das bestimmt. Hui. So. Top, top, top. Halt, wollte ich das wirklich? Ach. Kriege ich nochmal ne Chance nachzugucken? Bitte. Ich will trotzdem da runter. Ich will trotzdem runter. Ja, genau. Wegen einem N. Uhu. Das hat's ja jetzt gebracht. Das war's jetzt, ne? Das war's mir jetzt wert. Ah! Okay, da war ich ein bisschen zu langsam. Okay. Hab ich schon gespeichert jetzt nach dem Boss? Ja, ne? Ich speichere lieber nochmal. Ich hab gespeichert. Ja, eigentlich weiß ich's. Nur sicher ist sicher. So. Ab raus. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Und los. Och, Kitty. Mach mich nicht krank. So, gleich springen. Diesmal werde ich meinen Affen hier nicht verlieren. Da, 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 da. So. Da auch gleich weiter. Oh, da war ich jetzt... Dachte ich, das wäre wieder so die Speed-Stelle, wo ich schnell machen muss. War ich zu schnell? Ah, schon wieder! Und an den Stellen, wo ich schnell sein muss, bin ich's nicht. Prima. Nochmal. Dich ja wü. Okay, ganz cool. Backtracking ist doch gelacht hier. Was wir einmal geschafft haben, schaffen wir auch wieder. Ups. Und zipp und sprung. Nein! Och, komm, das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Wie ich meinen Affen hier mal verliere an der Stelle. Oder an der. Okay, langsam ist es nämlich immer lustig. Jetzt noch ein Leben und dann können wir die erste Hälfte nochmal machen. Fände ich nicht so schön. Fände ich gar nicht schön. Ehm. So. So schwer ist es doch nicht. Komm schon, du springst da hoch. Du springst da rüber. Und jetzt passt du auf deinen Köppel auf. Dankeschön. Und schnell, 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 schnell. Und darüber so. Einmal schnell, einmal warten. So. Schnell, schnell, schnell. Wunderbar. Und jetzt gleich die Stelle. Gleich nach rechts, bitte. Und runter. So. Ja, das mit dem runter ist nicht so einfach. Aber die sind jetzt auch langsamer, netterweise. Was ist jetzt da unten? Ähm. Dürfte ich das nochmal sehen? Ist ja sonst nichts. Hm. Na gut. Dann verlasse ich mich darauf, dass der Bonus noch offensichtlich kommt. Äh. Kommt da jetzt gleich was Böses? Nein. Nein. So. Los geht's! Und zack. So. Jetzt war mal sogar so gut, dass wir noch einen Affen offen haben. Schön. Aber irgendwie habe ich noch nichts gefunden. Gut. Mal nochmal rein. Ja. War klar, dass da jetzt was kommt. Runter. Ich weiß nicht, ob runter sinnvoll war. Ich hoffe. Nein. Runter war sinnlos. Aber hey. Ich kriege ja hier noch einen, ne? Genau. Haben wir eigentlich gut gemacht. Der bleibt tot, ja? Gut. Okay. Hier ist der Nächste. Der hat was schwungen nach oben. Aber ich finde immer noch keinen Zweiter Bonus. Und das war super schlecht. Okay. Vertrauen wir der Banane? Shit! Ich finde den Bonus nicht. Der hat sich uns nicht gezeigt. Wir gucken noch einmal in der zweiten Hälfte. Das kann nicht sein. Irgendwo muss er doch sein. Ich glaube nicht, dass in der ersten Hälfte zwei sind. Sollte ich ihn jetzt nicht finden, bin ich auf dezente Tipps von euch, ähm, äh, auf eure Tipps hingew- ähm, ja, angewiesen. Das ist das richtige Wort. Auf dezente Tipps von euch bin ich angewiesen, wenn ich ihn jetzt nicht finde. Und ich würde dann mit der nächsten Welt weitermachen. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir bei den meisten doch wirklich alles auch gesehen haben. Nur nicht geschafft. Ich schaue hier nochmal. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr. Nee, anscheinend nicht. Ich probiere es nochmal. Ah! Oh, 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 oh. Kamerad, okay. Dann hat sich das erübrigt. Und wir haben den Bonus gefunden. Hui. Prima. Finde die Münze. Na, dann los. Ah, da war... Ich... Nein, ich war schon oben. Ich war ja schon oben. Wie einfach. Oh, nee, ey. Komm, komm ich da nochmal runter, ohne gleich des Totes zu sein, oder? Wie... Dumm. Okay. Tja, Leute. So ist es manchmal. Aber wir wissen wenigstens, wo es ist. Was mache ich denn? Scheiße. Was war das denn jetzt? Oh, Gott. Okay, da rein. Ja, super jetzt. Okay. Nicht schlimm. Also dieses Backtracking, ne? Was wir hier schon für qualvolle Momente mitmachen mussten. Das ist zauberhaft. Ganz schön. So. Prima. Und rein da. Eins vergnügen. Das war es einfach mal ignoriert. So. Mensch, da war ich schon oben. Ich dachte, das geht noch locker... Weiter. Ich hasse es, wenn ich... Ja, es ist weitergeportet. Verdammt. Da kann ich nochmal Start Select raus. Oh man, ich will das jetzt schaffen. Und vor allem immer hier mit dem Druck, dass es das letzte Leben ist. Das macht mich genauso fertig. Gut, bald nicht mehr, wenn ich noch ein paar Bananen sammle. Na, da rein. Und rüber. Geh weg. Was willst du von mir? Was willst du von mir? So. Mal ehrlich, dieses Fass ist total sinnlos. Das kann mir nicht wehtun. Das kann mich einfach nur nerven. Aber vielleicht ist das ja auch Sinn und Zweck der Sache. Wieso schaffe ich es jetzt nicht mehr? Ich hab's doch... Okay. Vielleicht mit Schwung von rechts nach links und so. Mist. Noch einmal. Die tun mir was an. Schön die Bananen sammeln. Wichtig. Für das Leben. Da ist es. Jetzt können wir wieder ein bisschen unbeschwerd erleben. Wieso bist du nicht gesprungen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse diese ganzen Affenbande. Okay, los geht's. Los, ein bisschen Ruhe. So, jetzt aber. Spring, 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 spring. Geht doch. Warum nicht immer so? Hm? Warum nicht immer so? Warum musst du mich immer erst ärgern? Geh weg. Na gut. Auf ein neues. Diesmal versuch ich es mal mit dem Zicke-Zacke. Vielleicht klappt es dann wieder besser. Ja, tatsächlich. Und jetzt einfach hoch. Ne, da muss ich auch Zicke-Zacke machen. Aber von der anderen Seite. Ich habe das beim ersten Versuch goldrichtig gemacht. Das ist das Traurige daran. Wir könnten schon längst weiter sein. Och, Mann. Aber hey, was soll's. Ich habe ja auch immer der Eindruck, dass Kitty da einfach ein bisschen länger braucht, wie sie es in den Hüpfpassagen. Aber das ist Einbildung. Da bin ich mir ganz sicher. Das würde man wissen. Also los. Und los. Und jetzt mit dir mache ich aber so ein Spiel und dann so ein Spiel und dann zack, zack, zack. Nein! Ich kriege die Größe. Ich will diese Münze haben. Du! Vielleicht liegt es ja doch an Kitty. Meine ganzen Fails sind nur wegen Kitty. Jawohl. So ist es. Ist auch schon wieder haarscharf. Deswegen wechsle ich jetzt mal den Charakter. Einfach nur, ne? Selbst wenn es Einbildung ist. Mir egal. Auch wenn es nur Einbildung ist. So. Jetzt du. Es lebe die Einbildung! So. Da sind wir drüber. Oh, mein Gott. Raus hier. Wir haben es. Wir haben es. Wir können in die nächste Welt. Jodel, rodel. Na, wer hat's vermisst? Ich glaube, das war auch das in der zweiten Hälfte, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, das habe ich. Aber habe ich das auch geschafft? Wir siegen alle Gegner. Mal gucken. Habe ich überhaupt was geschafft? Ja, das habe ich geschafft. Das war ja einfach. Aber das Jodel, rodel nicht. Ja, ich mache es ja auch gerade falsch rum, ne? Ich mache es ja auch gerade behämmert falsch rum. Geh runter von mir, du Affe. Ich kriege es nicht mal hin. Ich wollte mir wenigstens noch die Münze angucken. Aber die ist garantiert abgehakt. Die haben wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das Zweite, was fehlt. Und da müssen wir erst mal hinkommen. Habe ich gespeichert? Sorry, ich musste mich rausklicken. Ich muss das speichern. Ich will dieses Level nicht nochmal machen. Das vorherige. So. Mit unserem wenigen Leben da, da will ich nichts riskieren. 63 Prozent, jawohl. Und weiter geht's. Na hopp, lass mich gehen. Ich weiß, manchmal labere ich sie, aber ich habe irgendwann keinen Bock mehr, jedes Mal das Gleiche zu hören von hier. So. Los geht's. Jogel-Rogel. Jogel-Rogel. Kabums, kabums, kabums. Eine Jodel-Rad ist lustig. Eine Jodel-Rad ist schön. Oh, dann kann man den schon nie von der Rodelkotzen sehen. Ja. Eigentlich könnte ich mich gleich sterben lassen, mit dem Leben. Die zweite Hälfte zu holen, das bringt mir eh nichts. Ich war ja so froh, als ich es mal geschafft habe. Und jetzt sind wir wieder hier. Ui, das habe ich toll gemacht. Wir überprüfen das jetzt nochmal mit der Münze. Ja, sie ist abgehakt. Also, das können wir jetzt uns ganz sicher sein. Kein Problem. Jodel-Rogel. So. Jetzt aber mal mit Ernst hier. Meinem letzten Leben, obwohl jetzt habe ich wieder eins. Jetzt können wir hier ja wieder alles riskieren. Wunderbar. Ich weiß nicht mehr, wann die Abgründe kommen. Ich habe alles vergessen. Da! Schon wieder! Nach dem Käfer hüpfen. Mein ganzes Brain ist voll mit diesem irrelevanten Zeug, das kein Mensch braucht. Da muss ich hüpfen. Da muss ich jenes. Doki, komm, vermüllt mein Brain. Ich will nix auswendig lernen. Das habe ich in der Schule schon gehasst. Naja. Aber es muss halt sein. Hüpf! 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 Okay, alles klar. Wir sind im Geschäft. Oh, der Schneesturm, Leute. Ah! Was war denn das für ein Tod? Was war das für ein Tod, bitte? Dieses Spiel! Es will mich so was von nazen. Hat Kitty jetzt Schnee gefressen und deswegen eine kalte Zunge, oder? Was war das für ein Tod? Ah! Okay. Cool bleiben. Weiter geht's. Jodel, rodel! Und los. Jetzt haben wir wenigstens wieder Leben. Das nimmt ein bisschen den Druck. So. Ich muss nicht vergessen, gleich kommt der erste Abgrund. Och komm, das war ein Treffer-Pennlappe. So. Okay. Ich würde halt schon gerne mal die... Die Hälfte wenigstens erreichen. Das wäre echt schön. Nein! Wetten, die Hälfte wäre beim nächsten Haus gekommen. Warum bin ich da hochgesprungen? Hm. Okay, ein Versuch noch. Dann ist es leider schon wieder soweit. Viel Erfolg war es ja nicht. Tut mir leid. Aber ihr wisst ja, wenn es mal zu heftig werden würde, würde ich es ja cutten. Aber das waren alles noch in einem ertragbaren Bereich, glaube ich. Wir haben schließlich... Was? Was zum... Was war da jetzt zum Sterben? Da war nichts. Da war nichts. Da war gar nichts, Dixi. Ey, also diese Affen verarschen mich nur noch. Ja, was ich sagen wollte. Wir haben immerhin den Boss geschafft. Wir haben dieses eine Level geschafft. Und wir haben uns hier ein bisschen warm gespielt. Und Kitty hat wieder Schläge fressen. Ein schönerer Abschluss kann man sich nicht vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir es hoffentlich irgendwie in die zweite Hälfte schaffen. Und dann den zweiten Bonus holen. Und hoffentlich auch den Rest und im übernächsten Part dann mit etwas Glück eine neue Welt sehen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt. Let's play Donkey Kong Country 3.